So. Sowjet-Kampagne. Part 1. Eine blutige Lektion. Wir spielen heute die Sowjet-Kampagne. Ach, ich hätte so anfangen sollen müssen. Heute Abend spielen wir die Sowjet-Kampagne. Nicht die ganze, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So schnell bin ich dann auch wieder nicht. Aber wir fangen wenigstens an. Gerade in Korn. Wie lange hat es gedauert, bis die Wirkung eintrat? Können wir hier offen reden? Natürlich. Machen Sie schon. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze zwei Cyborg länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Keine resistenten Cyborg-Typen? Keine Genosse Stalin. Zerstörung insgesamt? Ähm, etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Genug jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein Neuzugang. Ihre Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen, bevor... Beschäftigen Sie den Leutnant mit etwas Wichtigen, Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin. Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine, keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Ballabummts. Verstärkungen sind eingetroffen. Zerstören Sie die zivilen Truppen in der Stadt und alles mit Jägern? Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Mein Gott, wir töten Zivilisten. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Bestätigt. Sehr gern. Sofort. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Sehr gern. Vier Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Mit Ordnung. Er hat verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Ich kriege einfach neue, wenn die sterben. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Ach, Kriegsverbrecher ist man nur, wenn am Ende noch jemand überlebt. Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gern. Ja, Sir. Sehr gern. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. Natürlich. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Bereit zum Einladen. Ich weiß, dass ich mich schon zerstört, bevor ich angekommen bin. Bestätigt. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Sofort. Oh, nein. Hallo. Oh. Sehr gern. Sofort. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bereit zum Einsatz. Jawohl. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. Einsatz erfolgreich. Das ist, glaube ich, noch schneller als die erste Mission von den Alliierten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Also, die jetzt nicht mehr da ist. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein.